Gerade vom Walder Alternative Nachrichten sieht Tagessau Nachrichten, die durchs Dorf getrieben werden müssen. Heute aus Wammelskirchen, wie hier am Buskampus. Der Schöne Busmannhof angelegt, aber leider mit einigen Mankos. Hier der Glasschutz ist ungefähr manzhoch und oberhalb ist nichts. Das heißt, der Bergische Regen, der Wind kann nur unbegrenzt durchgehen, so dass man auch immer hier sitzen will, die Bank gletschnass ist. Auch in anderen Wartehäuschen der gleiche Zustand. Das recht hohe Hallendach erlaubt auch bei schrägen Regen eigentlich keinen ausreichenden Regenschutz. Das könnte man nun machen, um die Fahrgäste hier wirksam zu schützen. Das bestehende kann man ja nicht einfach wegmachen. Aber man könnte hier oben die Fenster wirklich schließen bis zum Dach der Halle. Dann wird schon mal Schrägregen, der von der Seite kommt abgehalten. Dann könnten sich Fahrgäste je nach Windlage schon mal hier einstellen und trocken bleiben. Und man könnte auch den Platz zwischen den Hallen noch besser überdachen, dass die Fahrgäste sich hier in der Mitte aufhalten, einem großen überdachten Bereich, damit sie bei Regenwetter und bergischem Sauwetter entsprechend sich hier aufhalten können. Also man hat hier einen schönen Busbahnhof gebaut, da die Fahrradgaragen, die Fahrradständer und die verschiedenen Buslinien. Es ist alles wohl geordnet. Von der Seite her eine gute Anlage. Nur die Möblierung lässt zu wünschen über, denn hier oben, da geht der Regen durch in den Wartebereich vom Wind reingetragen. Und auch die Dachhöhe ist nicht unbedingt ein optimaler Schutz. Bei alten Bahnsteigen hatte man oft noch so eine senkrechte Seite vom Dach runter, die Schrägregen im unteren Bereich ein bisschen abhielt, wenn das Dach sehr hoch war. Auch hier, ich schaue mal auf die Bank, die Bank ist wieder nass auf der anderen Seite. Also dieser Busbahnhof ist zwar gut gemeint, aber er hat noch sehr viele Macken. Und wenn man den öffentlichen Personen nach der Äckerei attraktiv machen will, sollte man doch den Wetterschutz hier noch deutlich nachbessern. Also dieser Busbahnhof ist ein bisschen abhielt, aber es ist ein bisschen abhielt.